Ich werde von meinen Hundehaltern regelmäßig gefragt, du Meri, muss man einen Hund eigentlich bürsten? Und wie häufig muss man ihn bürsten? Und welche Bürsten kannst du empfehlen? All das werde ich dir in diesem Video verraten. Mein Name ist Meri, ich bin seit über 10 Jahren Hundetrainerin, Expertin für den verlässlichen Alltagsbegleiter und ich kenne mich mit Bürsten bei meinen Hunden sehr, sehr gut aus. Fangen wir an mit kurzhaarigen Hunden, wie beispielsweise Labrador. Hunde mit sehr, sehr kurzem Haar muss man theoretisch nicht bürsten. Nichtsdestotrotz empfehle ich hier eine regelmäßige Fellpflege, heißt mit einfachen Mitteln das Fell kontrollieren, um eventuell Parasiten zu entdecken. Heißt, es gibt beispielsweise Flohkämme, können wir hier mal einblenden. Und der Flohkämme dient dazu, zu überprüfen, gibt es eventuelle Flöhe im Fell. Das macht man dann wie folgt. Man nimmt den Flohkämme, streicht ein paar Mal über den kompletten Rücken von dem Hund. Das heißt, von oben einmal bis zum Rutenansatz. So drei, vier Mal. Und dann nimmt man wahrscheinlich so ein ganz paar Härchen mit. Und du kannst dann kontrollieren, ob eventuelle Flöhe da sind, indem du den Flohkämme nimmst, auf ein feuchtes Stück Zeva einmal abwischt. Wenn dort jetzt Partikel sind, die sich so orangebräunlich verfärben, ist es ein Anzeichen für Flohkot. Wichtig, das machen wir nicht nur sinnvollerweise bei kurzhaarigen Hunden, sondern natürlich auch bei langhaarigen Hunden, um rechtzeitig Flöhe zu entdecken. Ja, und dann gibt es noch ganz, ganz viele weitere, unterschiedlichste Bürsten. Ich habe jetzt hier mal so ein ganz paar mitgebracht. Ihr seht hier eine Auswahl der Bürsten, die ich zu Hause habe. Ich habe das Ganze hier tatsächlich mal vier. Hier, warum ich probiere immer eine Vielzahl von Produkten aus, um meinen Hundehaltern wirklich das zu empfehlen, wo ich auch guten Gewissens hinterstehen kann. Und ich fange mal mit diesen Bürsten hier an. Das sind so oft Bürsten, die man aus dem Discounter bekommt. Und jetzt ist ja die Frage, ja, welches ist wirklich eine gute Bürste? Diese Bürsten hier, hier ist so eine gummierte Fläche. Die ist ganz nett zur Massage, aber mit Fellflicke hat das nicht so viel zu tun. Und dann gibt es ja noch so weichere Seiten, die diese auch hat. Oft wird gesagt, dadurch wird das Fell geschmeidig und sehr, sehr glanzvoll. Nein, wird es nicht. Also das sind ganz nette Bürsten. Aber wenn man richtig ernsthaft den Hund bürsten möchte und unter anderem beispielsweise Verfilzung zu vermeiden oder Unterwolle rauszubekommen, sind das hier keine optimalen Bürsten. Dann wird es eher spannend hier. Es gibt tatsächlich Bürsten auch ganz speziell für Rassen. Ich habe hier jetzt eine Bürste, die wunderbar ist für Hunde mit Unterwolle, wie beispielsweise Golden Retriever. Denn mithilfe dieser Zacken kriegt man die Unterwolle schön vernünftig raus. Ganz genau. Und oberflächlich, wie gesagt, sind diese Borsten hier absolut akzeptabel. Aber wenn man die Unterwolle rausbekommen möchte, weil es zum Beispiel warme Tage gibt, dann ist diese hier sinnvoll. Oder hier ist nochmal eine andere Alternative. Die ist zum Beispiel für Fellstruktur, wie die Peppa es hat, viel sinnvoller. Hier sind nochmal die Borsten ganz anders angesiedelt. Und die sorgen dafür, dass man Verfilzungen relativ einfach, wenn es noch nicht zu extrem ist, rausbekommt. Und was noch zu beachten ist bei der Fellpflege, das werde ich euch jetzt gleich noch erzählen. Denn das machen wir aber draußen, Haare kämmen und nicht hier drin. Also kommt mal mit. Dann wollen wir mal ein bisschen Haare kämmen. So, und dann fangen wir mal mit dem Mali an. Hallo. Prima. Und ich zeige euch einmal, wie ich den Mali hier bürste. Was ich immer mache, ist wie folgt. Ich stelle mich einmal über meinen Hund. Das ist für Mali total in Ordnung. Das kennt er. Das haben wir damals auch sehr positiv verknüpft. Und ihr seht es ja, der Kopf ist oben, die Nase geht. Und wenn ich anfange, seine Unterwolle rauszuholen, starte ich immer sehr, sehr gerne hier am Hals. Und dann halte ich den Kopf hier so ein bisschen fest. Und dann kann ich nämlich hier so ein bisschen durchstreifen. Ich halte deswegen den Kopf fest, damit ich hier nicht blöd am Kinn rankomme. Und das Unangenehme ist, das soll es natürlich nicht sein. Und man sieht schon, wenn ich hier so durchgehe, dass hier so ein bisschen die Haare fliegen. Und dann fange ich am Hals an, gehe dann quasi an der Seite lang unter den Öhrchen. Man sieht schon immer, wenn ich hier loslasse, zack, schneit es wohl die Haare. Und dann gehen wir hier den Körper entlang. Und ihr seht jetzt hier schon bei Mali, da kommt einiges raus. Und aus diesem Grund macht es Sinn, das nicht nur einmal im Monat zu machen. Es kommt auch ein bisschen immer auf den Hund drauf an. Wir machen es beispielsweise in jedem Fall einmal die Woche. Wenn ihr im Fellwechsel ist, noch mal ein bisschen häufiger. Wichtig zu sagen ist auch, Mali warte, dass Hunde es nicht so gerne haben, die Rute. Das ist bei sehr, sehr vielen Hunden so. Ich mache das so, ich stütze dann immer so ein bisschen mit meinem Knie ab. Und dann fange ich hier an, vorsichtig die ruten Haare zu kämpfen. Ja, und das machen wir dann einmal bei dem kompletten Hundekörper. Und wenn ich mit meinem Hund fertig bin, dann sage ich ihm das auch. Mali, okay. So. Und wir sind einmal fertig. Und dann war es ja alles klar. Dann gehe ich jetzt wieder schlüstern. Und das ist auch in Ordnung. Und dann kommt jetzt die Peppa, der Australian Shepherd dran. Und die Peppa hat nicht so viel Unterwolle. Deswegen habe ich hier nochmal eine andere Art von Bürste. Peppa, komm mal her. Juhu. Super. Und auch hier, da gehe ich einmal über Peppa. Fange auch hier am Hals an. Hi. Kürze. Peppa sagt, boah, endlich wieder Haare kämen. Wie schön. Und gerade beim Aussie ist hier auch unter den Öhrchen ganz wichtig, weil hier hat sie ganz, ganz viele Strähnen. Und auch hier geht es dann an dem Hundekörper komplett in der Lang. Einschließlich Rute natürlich. Und ganz besonders gerne hat sie es oben hier am Kopf. Auch wenn hier überhaupt kein Grund ist, die Haare zu kämen, mache ich es trotzdem immer gerne noch spätestens ganz zum Schluss. Damit Haare kämen auch einfach Spaß macht. Weil es gibt nichts Blöderes, wenn man etwas machen muss, aufgrund der Hygiene. Und dein Hund mag das nicht. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man das Ganze mit etwas Gutem verknüpft, damit der Hund auch gerne Haare kämmt.